Machen wir erstmal langsam auf B, ja? Warten wir den Nades ab. Doch. Hab ich nicht gesagt langsam? Der ist schon durch, eine... Ich guck nach hinten. Ne, ich guck W-Spot. Komm nach vorne. Ich weiß nicht, dann... Geht auf. Kommst du? Ich bin weak. B-Bombe, B-Bombe. Ich bin weak. Noch zwei. Einer hinter der B-Bombe. Kommt vor, jetzt zieh alle drei rein. Da, boah. Einer noch. Bist verkackt gerannt, alter. Time's almost done. Ne, ich hab mich grad so umgedreht. Am Kram. Glauben. Das war ein bisschen time, ne? Für die nächste Runde. Der wollte, wo war der Rände? Der wollte, wo war der Rände? Geht auf. Scheiß spawns, Alter. Ohne Witz, ey. Krieg, hier war einer. Doraus, der A. Ja, ich bin gestunnt. Einer weg, statt. der ist durch das durch ich gehe nach hinten ja ich gehe zu uns das war straße hinten noch weiter es kann jetzt überall durch sein schon das ahaus ich habe nur sechs schuss war der schon rot der war übel rot glaube ich noch ja der war ewiglich rot hatte der schrott oder ja ja hatte der lager vorher search and destroy clear the objective was leckt nade kommt links ich bin stunt garage immer noch ich habe noch nicht gestunt jetzt noch rechts ganz links da ist keiner hast du du bist links ja vor links jetzt kommt rein nein ja der weiße konnte ich habe da hingeguckt ja da hat halt durch den meisten container ja eben und das war der fehl dabei also das war eigentlich gut von ihm ja search and destroy werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen defensiver spielen ja pandisch wirft die nade da zum weißen truck ne rito haust du was gestunt haust ist aber noch nicht durch franzosen sind das ja frito ganz Richtung garage ja bin ich angespray das weißes auto ahos rieper holen dir ja der ist weg ich auch reinko rechts durch rechts durch der ist Richtung frito hafisch nein diese scheiß burst knarren ich muss erstmal nachladen mission clock about to expire step up euch ehhh die das stimmt nicht Da kann man auch MP rein, aber wir rennen die. Soll ich raufschmeißen? Ne. Über A raus? Über B. Durchrennen. Alle. Ähm, ich spring dann gleich zum B-Spot, ne? Ja, hier. Billard war einer. Einer ist Billard, Billard. Er legt die Bombe schon. Ja. Und wir stun. Billard. Ah, mit seiner Burstpistole, alter. Haube. Good job, agents. Get ready for the next round. Hm. Komm, lass auch entgegenrennen hier. Wir haben auch MPs dran alle. Haube. Eine Werkstatt. Zwei Werkstatt. Ja. Haube. Ich bin. Garange. Ich bin down. Letzte war auch Werkstatt. Bombe ist links außen gedroppt. Außen zu dicht macht Plast dicht. Zauber. Baba. Good job, agents. Get ready for the next round. Jetzt auf Mars-Bot. Switching sides. Search and destroy. Nimm einer die Bombe. Und mach ich. Eliminate the objectives. Bombe acquired. Alle da. Start auf Stand. Habe ich. Wem Bombe? Ah, weißes. Weißes Auto. Brunum. Der ist weg da. Geh raus. Two on two. Boah, du warst nicht mehr. Nein. Ich hab erstmal dort den Eierkick gegriffen. Seid ihr nicht über das Haus gegangen oder was? Oder kann die Nades an? Weil die Nade hat mich quasi direkt neben dieser Mauer, wo du drüber klall in kannst, weggeholt. Leider. Du musst Panisch gestorben? Ähh.. In weisem Auto oder? Wem ist das Auto? Ah hier, in der Mitte. Ach, wieso bist du da in der Mitte? Ich hab's durchgeräumt. Einer, Werkstatt. Zwick, Werkstatt, Werkstatt. Guck mal rechts hier, Doc. Bombe bei A-Haus, ne? Gut, kann wieder. Wo ist die Bombe gedroppt, genau? A-Haus, davor auf der Straße. Hier ist noch einer auf der Straße. Kleine Knarre. Er ist weak. Friedhof. Hab ich. Er ist durch, A-Haus. Boah, muss überwiegt sein. Ahem. Ahem. Insgesamt zwei Mal, glaub ich, ne? Drei Mal darf er beenden, beim dritten Mal muss es funktionieren. Geht nicht. Verconnection interrupted. Instant. Vom Laber doch keinen, ey. Das kannst du keinem erzählen hier, das. Ich lade meine Knarre dreimal durch. Wie geil ist das denn, der da? Freut mich jetzt, ob ich überhaupt jemanden rauskomme. Sechsinn! Ach, ich lade gerade! LoL! LALL! Junge, meine Granaten kommen so viel verzögert an, ne? Ohne Witz! Jo! Einer war bei A. Das ist der letzte, der ist Fisch. Alter, was für ein Leckscheiß hier! Der war schon längst um die Ecke, ne? Gib mir erst mal so Hitmarke. Renate! Wer ist getroffen, Alter? Was da los? Äh, ne, bravo. Jetzt geht's halb. Bestand! Bitte noch Bestand! Ich bin komplett blockiert, Alter. Echt? Sorry, Digga. Sorry, zu fern, Alter. Hey, Null. Ich krieg die auch nicht da an, Mann. Ja, und hier, der ist hier gleich. Oh, PC. Das ist lächerlich. Kannst knicken, Alter, mit der Connection. War schon tot, bevor ich ihn gesehen habe, Alter. Ich schreib ihn an. Ey, spielt mal weiter. Macht mal Depp. Wer ist denn der Typ? Spiel... Ja, du kannst da aber nix machen. Hä, dann spielen wir weiter. Ja, wir können nix machen. Wir müssen damit irgendwie klarkommen. Defend die Objective. Na doch, wenn das Connection erupted ist, dann haben wir... Klar. Stunt. Die F, Alter. Alle über Rot. Blau, meine ich. Alle über Blau. Bleibt zusammen, versucht jetzt zwei zu cachen. Da beim PC war doch einer... Da kommt der ruhig. Lila, 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 Lila. Wiedergang, Wiedergang, Wiedergang. Boom, Züge. Geht runter, geht Züge, Gleise, Gleise. Unser Spawn, dann. Nehmen Zug. Schieß doch schon längst das A weg. Boah. Was für ein Scheiß, Alter. Ich schreib den trotzdem an. Ja, den ersten Schuss, ne? Ich ziel auf den. Das Connected nix, ne? Der Schuss ging einfach, instant durch ihn durch. Aber wie heißt der nochmal? Real Ridgay. Ja, das wird noch. Über 28. Der erste Salve, die Connected nicht, oder? Die geht einfach weg. Wohin, Quero? Macht mal langsam AR und bleiben hinten alle zusammen. Neutralize the objectives. Charges acquired. Mitte habe ich einen. Ok, ich guck blau. Vorsicht, da ist ne Nand runtergerutscht. Bitte, Gleise. Das ist der letzte. Kommt. Kommt, okay. Der Zug kommt. Mit der Zug. Der geht raus. Sauber. Sauber. So krass. Der leckt sich um die Ecke. Ist vor mir, ne? Boah. Ja, Mann. Stirb, ey. Mit einer Stun, ey. Das ist zu geil. Aber in dem Spiel gibt es extrem viele Stun-Kills, wa? Ja. Und dann wollen wir nochmal probieren jetzt hier, Panischer. Ja. Ja. Aber da unten ist er echt immer richtig behindert, ey. Ich wär für die Waffe. Ja, ja. Ne. Ja. Nichts geheadet. Mitte ist auch. Nein, nehme. Von der geht der vierte bei denen. Mitte! Fisch, kommt durch. Der ist DC. Der ist DC. Ja, ich hab's grad gemerkt. Fieler ist einer schon. Von uns. Von denen. Einer ist im Spawn. Hat AR. Spawn AR nicht reingehen. Alter. Sogar der Zug leckt bei mir, Alter. Fieler war einer, Jungs. Oah! Ey. Alter, wie du leckst, du kleiner Wichser. Ich leck auch rum, wie Sau. Mann, das gibt's nicht. Das ist doch behindert, Mann. Ohne Witz. Alter, wenn wir das verlieren, dann ist gut nicht. Ja, auf jeden Fall. Was ist das da los? Das kann's jetzt echt nicht sein. Was? Das ist nicht für eine Leckscheiße, Alter. Junge, bei mir leckt sogar dieses Halbzeit, ne? Das leckt alles. Argo. Ich geh diesmal an den Stein, oder? DC. Rechts durch, eine durch mit Schrot. Jo, einer war. Info, eine. Ja. Ja, Info war noch eine. Ey, Junge, da kommt nichts an, ey. Der ist so behindert. Oh, Alter. So lächerlich, Mann. Ohne Witz. Alter. Das ist so lächerlich. Regt sich nicht auf. Das ist kacklos, weil sie sonst nichts drauf haben, Alter. Und sie mit einer 0,5K-Leitung spielen, Alter. Wir können den ja schreiben, change Hose. Hab ich schon. Und dann, ja, aber für den Extreme. Und wenn wir die gewinnen, dann haben wir nicht. Und wenn wir die gewinnen, dann haben wir nicht. Das Juro. Und dann, ja, ich schiebe dann den ganzen. Was heißt da an der Backe? Die werden den Hose nicht wechseln. Rechts. Blau. Blau. Einer down. Der ist doch durch schon, PC. Alter. Ja, der geht wieder hoch. Ich dachte, du bleibst halt. Ja. Ja, Mann. Ja, das hat auch nichts gebracht. Der kam ja von... Alter. One on one. Oh, Junge. So behindert. Da ist er, da unten. Sauber. Cool. So ein Scheiß, Alter. Hm. So ein Scheiß, Alter. Hm. Bomb deactivated. Ich nehme mal auf den B. Ja. Weil mit Aja kriege ich nichts mehr da unten. Ach, schnell. B, nee, B. B? Okay. Bomb acquired. Rush your team. Linkspanisch. Eine, zwei. Links außen. Info. Einer ist da noch. Bin gefangen. Reppel. Down. Noch zwei. Sauber. Kommt her, hier. Sammeln wir uns erst mal. Ja. Reaper noch. Ja, ich bin schon wieder da. Oh, Zug. Mitte. Ich leg die Bombe. Kommt her, hier. Ich komm runter. Sau. Blau, blau, blau. Oh, hab ich. Sauber, der letzte Zug. War man, nein. Alter, alles rot. So am Sack, Alter. Ey, ich lag hier durch die ganzen Map, man. Ja, ich auch, Alter. Der Wertig. PC, 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 PC. Sauber. PC, 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 PC. Doktor kommt klar auf die lecker Scheiße. Ja, so. Ja, der spielt ja auch Standard mit seiner Connection. Nein, nein. Wir leg's ja nicht, normalerweise. Wahrscheinlich ist die Connection sogar noch besser. Ich auf Klerus Haus spiele, ich leg das Spiel bei mir nicht. Kein bisschen. Ach, Junge, es war ein Scherz. Nein, du bist voll diskriminierend. Ja. Jetzt noch zwei Runden. Ich hab keinen Bock auf ein Dispute. Nein, ich auch nicht. Teil behindert. Nichts gehittet? Ja, auch nicht. Dritte ist auch nichts. Geht Fisch rein. Fisch ist einer mit AR. Du, kommt. Oh mein Gott. Alter, ohne Witz. Ich hab's eh nicht. Okay, gut. Ich komm über blau hoch. Ah, Zug Mitte. Zwei gegen zwei. Komm, wir gehen auf lila. Alter. Wenn ich die Treppen nicht hochlegen würde. Ich geh Zug Mitte rein. Ja, ist nix. Ich glaub, die gehen auf B. Boah, Zug Mitte. Junge, Alter. Ich bin weak. Du hast einfach vor dich teleportiert. Ja, verweist. Ich guck raus. Der steht vor mir. Alter. Das ist auf dem Sprach. Nix connected wieder. Jo, was? Was machen wir? Ah. Also, ah. Ich hab's kapiert. Also, schnell. Ich nur bekomme. Ich flatsch über Mitte. Dann noch Zug Mitte. Und dann noch irgendwie. Boah. Boah. Oh, das ist so. Junge. Ich schweiß. Mein Pum, alle rot außer der. Ich hab die ganze Zeit schon drauf. Also, das ist echt krank, Mann. Junge! Nix, komm bleib zurück! Gestunt von. Ah, hast du dich gestunt? Alter, scheiße. Ich bin down. Ich bin plötzlich down. Was ist denn da, Alter? Boah, kann ich... Boah, Alter! Alter! Ja, ich stehe auch angeblich total offen da. Ne, auf jeden Fall, wenn wir das verlieren, dann dispute ich sowas von, Alter. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Ja, ich konnte, ich konnte ihn nicht töten, Alter. Das ist Leg Switch. Ja, das ist, ja? Ja, wirklich, das ist Leg Switch. Nur komm. Beim Leg Switch. Alter! Alle, alle Kuchen sind durch den durch, Mann. Junge, weiß in der Mitte, ja? Ich steh frei da, ich werf meine Flash, die Folterung von der Wand nehmen ja ab und stunnt mich. Alter! Nur ein Schwachsinn, wir werden Stand-Off nicht spielen. Auf B, los! Oh, Alter! Snaids, komm! Junge! Alter, was ist das? Juhu! Hä, lächerlich! Ich bin drauf auf ihm, ich treffe ihn nicht, Alter! Was ist das denn? Damit er fassert sich! Ich kann ihn nicht mehr machen! Alter! Ich bin Gott, nein! Nein! Ohne Witz! Scheiße! Alter, was ist das für Bullshit-Baden? Juhu und Böder-Baden! Ohne Witz! Two on two, Leute! Jo, Aufzug! Da kannst du nicht durchschießen! Einer ist im Fahrstuhl! Sauber! Bleib zusammen! Oh, Junge! Bleib zusammen! Nicht die Bombe legen! Nicht die Bombe legen! Alter! Bleib zusammen! Na, lieber mal nach! Ja! Ja! Lass mal über Leader zu... Ah, A gehen! Ja, A war's! Junge! Boah! Ist rot! Alter! Pass auf! Ja! Ist doch lächerlich! Er gibt mir einen One-Burst! Ne, zwei! Ja, gut, zwei ist jetzt nichts außergewöhnliches! Ja, aber trotzdem! Mit der die Verbindung schon! Junge! Bei mir leckst du gerade das Bombe legen, ne? Der holt die zweite raus! Alter! Alter! Junge! Ah! Junge! Junge! Ah! Was? Junge! Was? Was? Da oben! Gehen wir dir auf'n Zug! Sprich raus! Yo! Das kann nix machen, Alter! Junge! Ich war plötzlich im Zug! Ja, ja! Dann war ich draußen! Dann war ich wieder im Zug! Dann war ich draußen! Erfreut sich noch, oder was? Ja, ja! Verschreib mir! Er hat verloren, Alter! Also, dis is scheißegal, man! Junge! Dis is beauty! Wer ist der Leader? Imperazzo, was? Nachricht senden! Text! You lost! Alter! So schlimmer geht's ja echt nicht! Red Bar! Red Bar! Was? Wie schreibt man nochmal? Ähm, ganzes Spiel? Oh, Game! Oh, Game! E, H, U, L, E! Ja, Alter! Bei dir legst du gerade das Bombenpläne! Ja, geht nochmal ins andere Team! Ich hoffe, er... Ah, jetzt möchte der! Wir haben den Hostwechsel! Wir haben den Hostwechsel! Kannst du so vergessen, Alter! Das ist... Naja, wir haben gewonnen jetzt! Ohne Witz! Da muss man auch nichts mehr machen, ey! Das muss man auch nichts mehr machen, ey! Das muss man auch nichts mehr machen, ey! Das muss man ja auch nicht mehr machen, ey! Aber ich mag das nicht mehr machen, ey! Ich habe jetzt